Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abfärben. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Färbt ab, färbte ab, hat abgefärbt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich färbe ab. Du färbst ab. Er färbt ab. Wir färben ab. Ihr färbt ab. Sie färben ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich färbte ab. Du färbtest ab. Er färbte ab. Wir färbten ab. Ihr färbtet ab. Sie färbten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgefärbt. Du hast abgefärbt. Er hat abgefärbt. Wir haben abgefärbt. Ihr habt abgefärbt. Sie haben abgefärbt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich färbe ab. Du färbest ab. Er färbe ab. Wir färben ab. Ihr färbet ab. Sie färben ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich färbte ab. Du färbtest ab. Er färbte ab. Wir färbten ab. Ihr färbtet ab. Sie färbten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Färbe ab du. Färben ab wir. Färbt ab ihr. Färben ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abfärben. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Ich baue dich. Ich baue dich. Ich baue dich. Ich bleue dich. Vielen Dank.